ja mit diesen ich will jetzt nicht sagen netten worten aber mit diesen einstimmungsworten starten wir also wir sehen hier dementsprechend wollen wir uns endlich mal den rikers entledigen diese mission habe ich ein bisschen bisschen spät angegeben hatte ich früher mal starten können habe ich bisschen irgendwie auf der karte verpasst aber das ist egal hauptsache sie werden jetzt endlich mal eliminiert dass die rikers mal uns nicht mehr so auf den keks gehen jetzt hoffen wir mal dass es hier jetzt dementsprechend startet und auch rund geht so da ist schon einer ich wollte sagen hier schon ein drin aber nein die connecten gerade erst alle und wir sehen da unten eingeladen eingeladen und einer schon da zum einsatz zu deportieren ich mache das drück ist einfach noch mal vielleicht nicht dass ich irgendwo hin muss und am schluss stehe ich alleine da deswegen wird noch mal tabulator gedrückt und los geht's so da ist einer der zweite connected wohl gerade noch da ist er auch schon und wir sind vom level ja dementsprechend hoch 26 und 24 und das sollte dementsprechend gar nicht so schwer werden warum schieß ich mit der handfeuerwaffe naja das finden wir gleich mal raus warum ich das mit der handfeuerwaffe geschossen hat das gebäude eindringen ja dann machen wir doch das die geisel sicher wie sichert man denn die geiselwetter schön hallo geisel wir würden dich ganz sichern sichert sich wohl von selbst ganz schön krasse kerle und dementsprechend die müssen jetzt natürlich endlich mal weg hilft alles nix so da drüben ist die geisel level 22 ist es natürlich für uns nicht leicht aber als auch nicht so schwer so jetzt gibt es ja mal bisschen was fürs gemüt und ihr seht fort scheine your friends alles klar so die geisel suchen wo ist die andere da oben die armen kerle ein abspiel war das ecco das ist immer was fürs gemüt wir sind einfach keine netten wahnsinn 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 also diese echoes die sind für die stimmung alles andere als förderlich so der wartet ja schon im aufzug und los geht's ab nach oben ab ab in die er kein problem ich komme nicht weg du rennst mir nicht weg mein freund das geschütz hat da gut aufgeräumt setzt den anderen jetzt fest komm schon komm raus schwing deinen kopf her komm du bist eigentlich doch auch ja also da hinten ist was zum looten eine kiste da ist ja und da drüben ist noch ein blaues item getroppt wir schauen das ist natürlich im anschluss alles an was wir so gefunden haben dass der noch lebt wir werden dann hier ich bin bei der division ich bin verletzt aber ich kann kämpfen naja richtig genau so sehe ich das auch so schadensresistenz das ist so meine ulti kann man sagen hat eine lange nachladezeiten lange reload diese ulti dachte mir dass es ein bisschen heftiger aber sie müssten uns noch den wartungszugang die gewollte weisen eine sicherheitszentrale unten im keller aus ja gehen wir noch da mal hin schauen was da so los ist die rikers die müssen als einfach mal alle alle weg so wir brauchen auch unseren letzten mann komm rein wenn wir kommen rein jo und los geht's er sagt auch let's go habe hier den sound noch nicht von denen gemütet aber aktuell sind sie ja ganz still also brauche ich das noch nicht so ein bisschen labern das ist ja erlaubt sagt soll ja nur die aufnahme nicht stören so dass nämlich mit würde sie gern flankieren das wollte ich sagen und es hat geklappt weiter unterwegs da ist es aber mal schön den sporten gekämpft also spawn camping in bester manier wir raschen hier natürlich ordentlich durch wir sind natürlich vom level alle sehr sehr gut dabei so weit so gut meine angriffsgruppe sind unterwegs sie werden die halle auf ihr signal stürmen so müssen immer mit hab's das gefühl wir haben das schon mal gemacht so wie wir hier durchlaufen naja eigentlich auch wenn ich voll bin egal wir nehmen es noch einmal mehr mit schaden tut es nicht das ist ja eine schöne scheiße so jetzt kann jeder wir erschießen was das ganze hergibt stehen sie schön in der granate und hier habe ich auch absolut ordentlich hit points das läuft sehr gut und jetzt kommt schon der end boss das ging leicht bis dato muss ich mal ganz ehrlich sagen erst mal das ausschalten was einem weg umgeht so muss man halt weg das ist wohl unten die geht aber jetzt wirklich absolut dauernd ist jetzt auch tot jetzt hier die letzten noch verbleibenden rikas eliminieren diese feigen hunde die sich hier so vergehen an den armen ich bin beeindruckt die heikle aufgabe aber wir haben getan was getan und jetzt looten wir die noch wir haben ihnen das rückgarten gebrochen ohne anführen wird der rest zerfallen ja ich glaube wir sind noch nicht mit denen fertig aber wenigstens können wir diese jtf leute wieder darauf ansetzen oh ja meine leute müssen leben und da draußen für die gute sache können jetzt oh da ist doch noch da ist noch eine kiste eigentlich die frage ist nur wo ist die da hinten wohl scheinbar da geht's rein da ist er habe ich dich holster naja also dass es so schnell geht hätte ich ja in der runde und in der folge ja niemals gedacht aber schön wenn es mal so der fall ist jetzt rennen wir mal raus anscheinend hat jemand eine motivationsrede von dieser barrett aufgenommen ziemlich krasses material aber vielleicht hilft es ihnen ich lade es ihnen hoch so jetzt wieder mal in unsere operationsbasis und da wird noch das material gesichtet was da hochgeladen worden ist dann wird noch mal das material gesichtet was wir gelootet haben und dann war das eine zwar eine schnelle folge aber intensiv den privaten militärdienstleister im last man battalion angeschlossen hat und war davon der us army im irak okay so jetzt sind wir hier drin das heißt wir können jetzt gleich mal die gruppe verlassen nachdem wir die zone die quarantäne auch ich dachte noch mensch jetzt muss ich da noch mal rein laufen ich dachte dass man hier in der basis self wäre vor diesem lade gedöns aber nehmen wir ich wollte euch unbedingt ja schon immer mal hier zeigen wie man hier rein läuft das ist spektakulär deswegen jetzt ist das nicht geil so also jetzt sind wir hier endlich drin jetzt gucken uns den beweis auch erstmal an der stück drückt die aufklärungsdaten und hier bildmaterial ein schnitt ja sympathischer ein schnitt lässt euch bluten aber ein schnitt tötet nicht hinterlässt nur ein tiefer schnitt aber ihr könnt aus dem schrei stärke gewinnen oder ihr seid schwach und winzelt das ist eure war ihr könnt wählen ein opfer zu sein egal wo ihr seid in einem penthouse oder in einer zelle oder draußen wenn ihr wieder durch alle straßen zieht über die kälte jammert die ratten oder darüber wer das sagen hat einige wollen opfer bleiben ja sie wollen winzeln ich gebe euch was ihr wollt wollt ihr ein opfer sein nun das könnt ihr haben das könnt ihr haben ich ich nehme mir was ich will die nennen die krankheit eine tragödie die reden vom weltuntergang diese krankheit ist unser lehrer sie sagt den bullen ihr habt ausgedient sie sagt uns erhebt euch die haben uns lang genug ausgenutzt jetzt holen wir es uns zurück also ich weiß nicht wie es euch dabei geht aber ich muss sagen ich finde die videos immer beklemmend aber egal jetzt können wir mal schauen was kann man den tech flügel dafür brauche ich noch 280 aber den sicherheitsflügel den kann ich auf jeden fall nochmal ausbauen weil da habe ich schon die tausender weg nachschub linie ein kleidungshändler ja das finde ich gut den büchsenmacher jetzt kann es richtig losgehen ab sofort sind sie mein absoluter lieblings und da ist er auch schon da gibt es auch waffenteile sehr schön sehr sinnvoll jetzt gucken wir uns noch mal den loot an also wir haben hier waffen alter die ist ja mal krass die maschinenpistole hat eine unglaubliche sps aber leider ist die ich dachte weil es gibt man kann nämlich manche anderen waffen nämlich auf die 1 legen ja die hat eine gute sps aber ich muss sagen ich mag meine ja wir machen hier mal die mods tun wir da mal weg ist natürlich verführerisch wie viel hatten wir jetzt 3 und 2 ok ist viel krass besser optik 3,4 dann machen wir präzision magazin die magazingröße wird verbessert der lauf aus der hüfte präzision stabilität kann ich mir für das kleine ding auch vorstellen dass das sehr sinnvoll ist und hier auch noch mal stabilität und präzision das ist auch sinnvoll und knapp sind wir bei 30.000 sps sehr nice was gibt es hier noch verschlechtert fast alles deswegen die hochleistungsweise bringt uns nicht viel muss natürlich darauf aufpassen ich habe hier nämlich noch eine mod drauf für schusswaffen integrierte waffen mod aber in dem fall änderte hier daran nix das heißt das bleibt die maske die ist nicht wirklich überlegenswert auch hier kann man sagen lassen so wie es ist und bei den rüstungen auch da kann man das so lassen wie es ist ja wir haben uns eine geile neue waffe gesichert das ist was die wollen wir uns auch noch anschauen oder wir haben noch zeit dann gehen wir kurz auf den schießstand und zeige ich euch meine neue neues gutes stück da kann ich nämlich hier schnell ballern ok verzieht ein bisschen aber ich glaube unter dem strich macht die schon gehörig schaden ja damit kann man die runde beenden ich sag ganz recht herzlichen dank bis zum nächsten mal oh ja caramba ja